Hallo Freunde, da bin ich wieder mit einer neuen Folge von Minecraft und ich weiß nicht, was einige denken, aber ich bin kein Profi oder beziehungsweise habe erst vor kurzem mit Minecraft angefangen und komme halt noch nicht so zurecht, was Minecraft begrifft, beziehungsweise weiß halt noch nicht so Bescheid über Minecraft und muss mich demzufolge noch ab und zu belesen und nachschauen, wie was funktioniert und ich hoffe, dass ihr das versteht und nicht hier gleich, ja, kann ja gar nicht, aber es ist noch kein Meister von Himmel gefallen und folgedessen hat jeder mal angefangen und ja, was machen wir heute? Wir gucken mal, Kohle ist noch da Achso So, es ist ein neuer Tag angebrochen und wir werden versuchen, an unser kleines Projekt hier mit der Straße weiter zu machen Und wie ihr schon in der letzten Folge mitbekommen habt, habe ich hier ein neues Haus gebaut Ich nenne es mal Sommerhaus Und mal schauen, wie das hier so läuft Was ich hier jetzt zuvor habe, wie gesagt, wir bauen ja hier an unser, an unserem Wegprojekt Und bauen wir hier direkt mal gleich weiter Ja, warum wir hier mal gleich weiter Und ich hoffe, dass wir Dass wir Auch gut vorankommen Mit dem Was wir hier vorhaben Gemeinsam Jetzt habe ich die Dinger runtergeschmissen Aber die kann man ja wieder aufheben Mache ich eine Stütze Äh Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo bin ich runter? Habe ich hier Sieht doof aus So, ich brauche hier noch Ein bisschen Aroma mit Sand und so Weil Wir wollen ja auch unsere Glasfenster weiterbauen Mach ich hier wieder raus Mach ich hier wieder raus Ach, egal Kann ich ja später noch Entscheiden Komm ich dir jetzt schon hin So, komm ich da jetzt schon hin Ja 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 Wir werden Gehen wir jetzt hier runter So Gehen wir jetzt hier runter Oh, es war nicht geplant Oder gehe ich noch ein weiter Mal gucken Wie ihr wisst, müssen wir aufpassen Wegen der Nicht denn da Ich bin da Ich bin da so hochgegangen Kurz mal schauen Achso, kann man gleich Wenn ich jetzt hier bin Noch ein bisschen Sand abbauen Hoch Weil wir brauchen das ja zum Glas schmelzen Wie habe ich das jetzt gemacht Achso, achso Eigentlich kann ich den ja wegnehmen Ah, ich bin so und dann gerade hoch Und dann Ah ja, okay Mach ich da noch eine ran Und gehe jetzt so runter Ja, genau Und dann Aber es ist schon Ziemlich hoher Unterschied Zudem Was ich hier Vorher gebaut habe Aber ich will ja noch hier Die Erde noch Oh Die Erde noch wegnehmen Ich meine ich könnte auch andere Steine nehmen Aber Aber So Knall ich mal hier wieder die Stufe rein Ähm Ähm Ja So So Jetzt bin ich hier unten wieder angelangt Also kann es hier weitergehen Die Erde Weil wir wollen Weil wir wollen das ja Mit Umrandung und so alles machen So So Gehe ich noch weiter runter Hier muss ich ja schon wieder runter gehen Da es hier ja wieder tiefer geht Und aber ich sollte ich denke ich mal gleich heimwärts begeben sonst töten mich wieder die video und das wollen wir nicht oder geht schon los so bin ich hier im haupthaus blöde mischen blöde mischen so